Bei den goldenen Fellnasen. Erstmal ist Warten angesagt. Eins nach dem anderen. Zur Sicherheit der Pfleger wurden Zäune aufgestellt. So. Verteilte mal. Hier geht jemand. Hopp, auf gehts. Nimm schnell weg. Der läuft doch. Hier war dein Napf. Das war gefährlich. Das müssen wir nochmal hüben. So schnell hat eine golden Fellnase den Napf leer. Hey! Okay. Der hin. Bis auf ein paar einzelne Knochenreste. Was ist das? Ich muss hinter rein. Nein! So. So. Fertig. Jetzt können wir die Schüssel wieder in den Trank stellen. So sauber sind die. So. 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 So.